So, Alge, Alge, Alge. Ja, Mann! Ja, hier. Alge macht Alge fertig! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ja, Morso! Morso, Mama! Wieder mit Yannick und Sven von All In Hallöchen! Ja, wir springen diesmal bei Hills Up anscheinend. Hillybilly, gut. Yannick? Okay, er ist rausgesprungen. Gut. Du brauchst ja gar nicht auf mich warten. Du weißt ja, wo du denn bist. Doch, ich warte immer auf dich. Das bringt nämlich Glück, weil wir zusammen raus springen, weißt du? Ja, das hab ich eben. Wann bekommt er uns Glück an? Ja, wir sind bis jetzt ja jedes Mal einzeln aus und abgeschwungen, weißt du? Nee. Doch, ich hab immer auf euch gewartet. Ja, ja. Sven will sie einfetten. Einfetten. Ja. Hm, richtig geil. Richtig pelzig und schmelzig. Ja. Nein! Jetzt läuft's endlich wieder. Ja, jetzt sind wir OP. Ja, das war das letzte Mal so passiert, das sind wir Zweite geworden. Stimmt. Foreshadowing? Ich glaube nicht. Und überleg mal, was im Stream war. Da war die Happy Hour rum und das ist auch gelaufen. Ja, bestimmt. Wo's wenn nicht mitspielen konnte, weil er sich den Finger abgeschnitten hat oder sowas. Oh, ja, ich hab auch verbande Finger. Und Holger hatte noch 15 Stunden Spielzeit vorsicht. Sonst hat er halt auch mal mitgemacht. Ja. Die haben's darf, Gott sei. Ja. Der Sharky Boy. Hütchen Bluey. Bluey! Wir hätten ja den anderen fragen können, ob er mitmacht. Berg? Den von... Der Sekiro spielt? Hey, reden dauert schon bei dem zwei Tage. Oh, mein. Da ist jemand rumgesprungen. Nanananananana. Boah. Wir sind jetzt den Drassonschlüssel, aber meine nicht. Das ist gelassen. Weiß ich nicht. Sven? Meine kommen aus dem Hintergrund. Hast du nicht gemacht. Geht nicht. Also ich bin dafür, dass sie uns ein Schädel machen. Bisschen gelb. Oh. Drassroll, warte mal kurz. Nee. Doch. Nee, du willst noch mal nicht. Hä, nein. Ich wollte dich anmachen. Nee, ist nix. Nee, angewandt werden würde ich auch nicht. Drassroll, jetzt warte total. Nein, nein, nein. Komm schon. Nee. Drassroll. Jetzt sei doch nicht so. Vielleicht kommt irgendein Solo-Spieler das so weg. Jetzt sei nicht so. Vielleicht kommt irgendein Solo-Spieler das so weg. Jetzt sei nicht so. Nee. Hä? Du bist 20 Kilometer fern. Du bist 20 Kilometer fern. Was willst du denn? Ja, ich wollte den Weg abschneiden, aber er ist anders rumgelaufen. Du bist mega abschneiden. Komm schon, Drassroll. Jetzt hätte ich noch mal einen Moment stehen. Nee. So, hätte ich noch einen Moment stehen. Krassroll. Nö, nö, das war eine gute Zeit. Da vorne war auch noch niemand drin. Erdappt. Nein. Ha, ha, ha. Ich hab sehr viele Überlebungen. Das kann auch tatsächlich nicht. Ich möchte nur kurz sagen, der nächste Spieler ist nicht so weit weg, wenn man von ihm guckt. Also ich hab einen gedowned. Ich steile die Garage. Ich hab auch einen gedowned, der dritte ist in dem Haus. In dem gelben Haus hinter der Garage. Hinter dem gelben Haus in der Garage. Oh. EZ. Mein Teammitglied ist doof. Ist da nix. Warte. Wo war die einer? Einer direkt links und links. Rass und links. Rass und links. Bitte. Hitter dir. Hitter dir. Einer auf der Straße, der anderen mit dem Haus dahinter. Boah ey, hier hab ich ein Sandwich genommen. Gulag. Jo. So. Er hat den wieder aufgehoben. Der ist wieder drei. Oh Gott mein Herz. Alles gewonnen Sven? Nein. Okay. Ich war mir nicht sicher. Knapp verloren. Lauf war perfekt. Ohohohohohoho. Links, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Eins ab. Jo. Mit der Persole. Ich hab's falsch geleckt. tatte war das einer von denen oder was möglich möglich ja ich habe wieder gekommen sah aus er wäre von gula gerade rausgekommen das ist ja schon zwei kipps bei 5 uhr ist der erste na Sven was nicht facken Sven ich fack doch gar nicht wo? hier, unschuldig und da, aber da Oh. 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 Macht nichts. Wer ist denn da? Ja. Jetzt macht das was. Tja. Tja. Ich glaub ich hab in der Runde so reingehängt. Ich glaube, der erste. Ja. Die Runde, wo man reinhängen muss, sind die Besten. Ich versteh das nicht mit den Schaden, ne? Auf die Leute zielen. Ja, den einen, den du ja genau gemacht hast. Den hab ich ja komplett zu Ende zerstört am Ende. Aber nur 46 Schaden? Ernsthaft? Ja, aber trotzdem, nur 46? 46? Ja. 46? 46, Mama! Okay, dort wohin. Farmland, oder was? Jo. Jo. Oder Airport. Wir uns drehen die ganze Zeit. Oh man, oh man. Findet ihr hier mal müde? Nee. Verzweifelt. Geht's auch. Gott, schon eine gute Runde kriegen wir wohl hin. Ich bin raus. Jo. Einer geht nach Prison, aber bei uns ist nix. Scheiße. Ja, schade. Ja, schade. Nee, rot mich rückt auf der Karte. Ja doch, da. Und da hätten wir sonst noch eine. Ja. Ja, die Ballert gut rein. Musst die mal testen. Ja, ja. Ich hab gestern auch nur einen Kommentar unter meiner COD bekommen, wo die Leute sich gefreut haben, dass die Abenteuer von Kanonenfutter Sven weitergehen. Wow. Gestern? Ja. Ja, gestern war das. Glaub ich. Oder? War das am Dienstag? Oder wann die Folge davor kam? Ach, bei einem von den letzten beiden. Ah. Ja, gestern kam ja ein Video. Ja, ja, ja. Oder? Nee, gestern gab gar... Nee. Ach, egal. Bin nur durchgebeten. Doch, gestern kam eins. Nee. Doch. Ja? Oh, kommt ja auch wieder eins. Stimmt. Heute gab's keins. Ja. Nee, ich hab gar keins. Nee, du weißt ja nicht. Bei mir kam eins. Mit Schicksal. Ja. Ja. Bei mir, bei mir, bei mir. Ja, nee, nicht bei uns. Da kam nichts, meine Güte, ey. Sven, ey. Aber bei mir. Okay, bei mir sind zwei Leute. Nein. Nein. Sven, ich hätte ihr ja gern geholfen. Aber bei mir war auch einer. Ja, ja. Gulag. Ja. War oder ist? War. Ah, sie. Also, körperlich ist er noch anwesend. Okay. Ja, die Leute kommen jetzt. Immer noch blau. Also. Sind schon fast aufm Weg. Das geschafft? Nein. Ah, die kommen hinten rum. Okay. Ich dachte, ich hätte sie gesehen. Wo sind die jetzt akzeptiert? Oh, komm. Es waren zwei Stück. Bei mir war hier einer. Hi. Hallo. Du verlierst dann Boden. Du hast dich gelämmert. Ja, das ist sicher. Und du willst jetzt wieder jagen, oder was? Oh, wie viel Geld? Ja, weiß ich noch nicht. Ah, ja. Wo war er? Äh, unter dem Rad hier. Da. Da war. Du hast ihn erwischt. Ja, der ist tot. Da liegt, links. Achso. Du bist ausgesprochen. Ja. Vertraut ihr meinen Künsten nicht, oder was? War der. Frechheit. Holst du Sven wieder? Und hättest dann vielleicht nochmal 600 für mich? Woll mal was ausprobieren? Gönn dir. Schau mal, ich. So. Ich hab nen Roadkill gemacht. Ah, ist erreicht. Sehr gut. Der wird сообщ. Schau wir mal aufgeben. Oh! Sven? Ganz schlecht Guck mal, öffnen jetzt mal Karte Da sind alle Wir tun einfach so, als wir abhauen Und Drasson holt sich die. Drasson, Drasson, warte. Ja, die hat mitgesetzt, hab ich das mitbekommen. Hey, wer ist denn erst gestiegen? Ja, jetzt mal den Gulag mit mir. Ja, den Gulag mit mir. Wenn man dreimal Drohne kauft, dann hat man alle auf der gesamten Mech. Ah, geil. Achso. Hatte ich mal gehört, ich wollte mal testen, ob es wirklich so geht. Lass mal, wir waren hier samt. Da laufen sie! Da! Wow! Ich weiß nicht, warum ich den erwischt hab, aber ich hab... Dieses Scheiß... ist das ne neue Folge oder das ist schon wieder so ne zweite Runde, ich komm nicht mehr mit. Neue Folge, ne? Ich glaub nicht, ich glaub nur ne extra. Ja? Also ich bin rausgekommen. Aus dem Gulag. Also ich darf zuschauen. Na 18 Minuten, das kann ich. Schöne nicht geöffnete Kiste. Schöne nicht geöffnete Kiste. Schatz da!! Verliegt nicht verhegte Kiste! Ja! Aber wo? Glaub nicht. Heh Heh. Heh Heh. Wie witzig! wie witzig oh man ey ja mach mal ne ist einer der feld weiter da sei jetzt aber ich würd jetzt erstmal zur Ausrüstungstieber umgehen oder? ok ja ich bin auch in der Luft ich hab nicht gesehen ich hab nicht gesehen oh da kommt oh bei dir und da ist noch einer da ist Yannick? na kapfotzig da kommt aber noch einer mit Quatsch wo? kam aus der Richtung da hinten wo noch markiert ist soll er machen ich hab meine Waffe na ich auch oh da will doch nicht etwa zur Ausrüstungsliebe ne der will er wiederholen da hinten der will doch wohl niemanden wiederholen das find ich nicht so gut kann ich sehen ja sind hier zwei sind zwei mindestens brenn jetzt weg da kommt ein Autoschirn so halte ich mich erst mal raus dann versuchst du zu Roadcamp die kommt man nur auf die Idee meine Kills einen normal ne ich hab zwei im Nahkampf gemacht und einen Roadcamp oh mei das sind meine guten Runden so unterscheiden wir mal drei stück sehe drei stück ok du musst auf jeden fall direkt laufen direkt laufen? ok das ist eben schwierig der eine hängt da halt auch noch rum oh maaan belastend ok Sven machst du du rettest uns du rettest uns du rettest uns einfach du wärst jetzt erster Sven jetzt ist DEIN MOMENT DEIN MOMENT ne lass mal kein Stress du machst das 1067 Gegner ja genau und 4300 dann kannst du Drassi wiederholen oder Yannick? ne 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 das Gas weigert mich aus hey yes man nein es war 3 1 da seh ich mich und den Ball machst du noch und 66 kills joo easy oben oben ist die Kiste glaub ich beim Damm endet das wow joo geil die kommt zu mir das sind auch nur 5 Leute und 2D hinter dir sind wir sind ein Sumperteam aaaaaaah ja versteck dich da und dann mach die von hinten weg ne ne Pistole ja er hat auch ne LMG ach wein aber damit ist er noch langsamer deswegen hat er die Pistole nach deswegen oder nimmt das Auto und macht das mit einer anderen Methode ok ach was ach so küsse ja je damit machst du die weg und auf einzelne Schuss kannst du mit BW kannst du auf einzelne Schuss wechseln falls du 3 Schuss nicht wechseln ne dann mach ich lieber 3 Schuss mein Gott ALTER hast du ja du läufst doch nur gerade aus deine Port nach vorne war ja nicht schlecht hehehe bist trotzdem nervig diese scheiß Port ja ich hab keine Ahnung oh Sven machst du ne ja ich hab's gesehen ich hab gesehen das wird gar nicht abgedreht ey oh god 3er Team jup und tschüss es ist ein 3 Schuss 1 Schuss mit ja ich baue dich ja aber die Gegend ist schuld ja soll ich schon mal abmodulieren ne die Dressern muss ja abmodulieren ja hmm m m Walters ben wöch ben wans wurs 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 ja genau wurs 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 he wurs ok Ok Da hin, ich sag da hin Da haben wir schon gelutet Sven Da haben wir schon gelutet Sven Da haben wir schon gelutet Sven Links wurde auch schon gelutet und rechts reinlässt Da kommt ein Auto hinter dir her Geh nach oben und verkriecht dich Genau, jetzt wirst du einfach zweiter Ok, Auto dreht ab Den legen und einfach nix mehr machen Den legen und nix mehr Den legen und nix mehr Nächstes und nix mehr Alles gut Sven, du hast noch 16 Sekunden Bälleweil ich hab sogar gemerkt Da kommt ein Redi Du musst ja eh gleich weiter Ja, ich hätte dir wohl kurz Jetzt hast du dir eine gute Puse versorgt Auf jeden Fall hab ich letztens mit Tolga noch geredet Ja Dann hat er auch mal ein paar Fragen gestellt Manchmal wurde es nervig Dann hab ich ihn ein paar mal Sven genannt Also ich bin eine Weile Wenn ich irgendwelche Sachen beantworten muss Dann hab ich direkt am Ende einfach Sven Weil ich das so oft machen muss Alles gut Sven Nein, du hast alle Zeit im Ende bis in dein nächstes Safe Zone drin Ok, ok Du musst einfach die nächste Top-Templation Nächstes wird Drass-Warn-Ansack Dann lockt er her Boah, ich fühl mich wie so ne schwangere Frau Aber nicht wie meine Ne, nicht so wie deine Das ist mehr so wie das erste Kind Ok Der Über-Ninja hat das Spiel verlassen, oh nee Nicht der Über-Ninja Oh nein Ich mach Schritte Hoch, 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 hoch 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 Oder so Nice Oder du machst... Alge Alge Hahahaha Wie Alge, hä? So heißt der Typ Der hatte den Clan-Namen Alge Achso, Alge, Alge, Alge Ja Ja, Mann Ja, hier Alge, mach Alge fertig Hinter, also hinter dir ist einer und in dem Haus ist einer Ich bleib hier Genau Ja, bei dir im Haus ist auch einer Ne, ne, der ist dahinter Achso Genau im Haus dahinter Der hat nur schon mal die Fenster frei geschossen, dass man gleich direkt einen Herder geben kann Sobald er aufsteht Hätt ich den Granate gerade reingeworfen, oder? Nein Also du musst gleich da hin, Sven So weit musst du gleich laufen Dämon 50 Meter Ok Hey, hier hast du schon mal in die Mitte Weil du weißt Ein wenigstens einer weiß, wo du willst Ja Hahaha Das ist immer so geil Hast du den gedauert? Ja Der ist K.O. Dann wird er gleich aufgehoben Ja Ja, da kommt einer Hocke Mach Hocke Der wird er aufgehoben, der wird er aufgehoben Wo ist er denn? Unter dir, du Schufhälse Ja! Aber wie gerade Der soll der Tuch wurde dich gekrochen Puh Jetzt warte ab Ab, 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 ab So kommt er eh Und sprichst du den gleich einfach aus dem Fenster hinter dir Sprichst du den einfach gleich hinterher Ok Und dann machst du die von hinten weg Ab, 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 ab Geh schon mal, geh So und so Du musst nämlich jetzt Jetzt! Nie answered Das ist der da eine drin. Ach, der Gold. Nice win. Das ist ein Tier. Tiger, Tiger. Alge, Alge, Alge. Weißt du, Algo hat Alge fertig gemacht. Darauf bin ich stolz. Oh Mann ey. Alge, Alge, Alge. So, genug Alge. Weg mit dem Ding. Tschüss. Tschüss.